Ich will der König sein. Nein, du warst letztes Mal schon. Das ist mein Stück. Nein, das ist mein Stück. Jetzt hört auf streiten. Wirst du nicht einfach zwei Küche posten können. Ich bin der König! Hiermit schlage ich dich zur Ritterin Alessia Amanda I. Ich werde alles für euch tun, mein König. Dann bring doch das in den Kopf. Hofnar, belustige mich! Ich brauche einfach nur eine Unterschrift. Meine Königin, rufet eure Mutter. Wir ziehen in die Schlacht. Mutter! König Ruedi von Schwommedingen. Ich bin hier, um ihr Land zu beanspruchen. Jungs, zu den Waffen! Unsere Armee ist viel stärker. Holet den Drachen! Schwiegenmutter! 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 Sofen, der ist voll hässlich. Ich gehe das Hühne auf die Träger machen. Meine Königin! Schenkt mir einen Sohn! Einen zukünftigen König! Wir haben Schnippschnupp gemacht dort unten. No juice, no kids. NOOOOO! 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 Vielen Dank.